Kapitel 11, was noch aufhält In 2. Thessalonischer 2 schreibt Paulus vom Kommen des Antichristen. Aber irgendjemand hält dieses Kommen auf. Wer genau dieser Aufhaltende ist, sagt Paulus nicht. Aber der Geist Gottes, wie vielfach unterstellt wird, kann es aufgrund der Grammatik nicht sein. Denn Pneuma ist im griechischen Neutrum. Wer der Aufhaltende sein könnte, ist Inhalt dieses Kapitels. In 2. Thessalonischer 2, Vers 7 folgende steht ein geheimnisvoller Vers. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur das, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und als dann wird der Boshafte offenbart werden. Irgendjemand hält das Offenbarwerden des Antichristen auf. Darüber, was oder wer dies ist, gab und gibt es sehr viele Diskussionen und sehr viele unterschiedliche Meinungen unter den Christen. Die meisten heutigen Ausleger sind der Auffassung, dass es sich hier um die Gemeinde Jesu Christi handele, die zunächst entrückt werden müsse, bevor der Abfall und schließlich der Antichrist komme. Allerdings benutzt Paulus hier das Maskulinum, wenn er sagt, der, der es jetzt noch aufhält. Die Gemeinde ist aber feminin. Das passt also nicht. Also behilft man sich mit der Ergänzung, dass es eventuell der Geist Gottes sei, der Aufhalte, denn der ist maskulin. Aber die Gemeinde und der Geist Gottes sind zwei unterschiedliche Dinge und für beide Annahmen gibt es keinen wirklichen Anhaltspunkt im Text. Die Gründe, die für die unterschiedlichen Positionen angeführt werden, sind also nicht wirklich stichhaltig und man hört, dass die Ausleger ihre Herleitungen nur sehr vorsichtig treffen und meist relativieren. Leider werden die Schlussfolgerungen aus dieser Herleitung dann aber umso nachhaltiger formuliert. Damit ist ihre Argumentation aber nicht belastbar und entspricht letztendlich auch nicht dem Text. Der Begriff weggetan werden, den Paulus hier gebraucht, ist im Griechischen das Wort ekmesogenetai und bedeutet aus der Mitte kommen. Allerdings würde Paulus diesen Begriff kaum verwenden, wenn er hier die Entrückung der Gemeinde beschreiben würde. Er würde vielmehr den Begriff episynagoge, hinaufversammlung verwenden und nicht aus der Mitte kommen, wie er dies auch in Vers 1 bereits getan hat, wenn er sagt, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, also Episynagoge, das heißt hinaufversammlung oder Entrückung. Wenn es aber, wie in Vers 7, um den Aufhaltenden geht, benutzt Paulus das griechische Wort ekmesos, das üblicherweise verwendet wird, wenn man etwas, das stört, zur Seite schiebt oder aus dem Weg räumt. Dies ist ein erster Hinweis, dass Paulus hier die Entrückung nicht gemeint haben kann. Diese Aussage greift allerdings die Theorie der Vorentrückung frontal an, weshalb sie gut begründet werden muss. Die Vorentrückungslehre geht davon aus, dass die Gemeinde entrückt werde, bevor der Antichrist kommt, und 2. Thessalonischer 2 dient ihr dazu, diese vermeintlich tröstliche Sicht zu bekräftigen, allerdings mit den oben beschriebenen Schwächen in der Argumentation. Vielen Auslegern ist nämlich durchaus bewusst, dass Paulus das Wort ekmesos nicht für die Entrückung der Gemeinde verwendet hätte und in 2. Thessalonischer 2 Vers 1 ja auch nicht hat. In Ermangelung einer besseren Erklärung der Passage belässt man diese drängende Frage letztendlich unbeantwortet und es bleibt bei den genannten Vermutungen. Wenn aber der, der aufhält, nicht die Gemeinde oder der Geist Gottes ist, wer ist es dann? An anderer Stelle haben wir gesehen, dass der Beginn der 70. Jahrwoche mit der Wiedergeburt Jerusalems eingeleitet wird und nicht mit der Entrückung. Die Entrückung muss daher später angesiedelt werden, als das gemeinhin heute der Fall ist. Entweder liegt sie in der Mitte oder am Ende der 70. Jahrwoche. Die Hinweise für einen späteren Zeitpunkt der Entrückung sind, wie schon oben ausgeführt, zu erdrückend, als dass der Auffassung einer Vorentrückung noch gefolgt werden könnte. Angenommen, der, der aufhält, wäre der siebte König aus Daniel 11, denn der kommt laut Johannes' Offenbarung zuerst und muss kurze Zeit bleiben und dann erst kommt der achte und der fährt in die Verdammnis, wie Johannes in der Offenbarung schreibt. Könnte diese Version beim Verständnis der Verse in 2. Thessalonischer 2 helfen? Kapitel 11.1 Argumentation In einem der vorangegangenen Kapitel haben wir bereits gesehen, dass der Antichrist ein politischer Herrscher ist, der sehr dem historischen Antiochus IV. Epiphanes gleicht. Eigentlich ist der Antichrist eine endzeitliche Wiederholung des historischen Seleukidenkönigs Antiochus IV. Historisch gesehen war Antiochus der achte Seleukidenkönig. Wir haben auch gesehen, dass in der Aufzählung der Seleukidenkönige in Daniel 11 ein König fehlt, nämlich Antiochus II. Sotea, sodass der historische Antiochus IV. Epiphanes nach bietlicher Zählweise zum siebten König wird. Da die Passage, die Antiochus beschreibt, zweigeteilt ist und eine Beschreibung des endzeitlichen Antichristen enthält, haben wir nach biblischer Zählweise wieder acht Könige. Johannes schreibt hierzu in Offenbarung 17, Vers 10 Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Der Achte, der noch kommt, ist also von den Sieben. Aber von welchen Sieben? Hier wäre es mehr als naheliegend, die sieben Könige der Seleukiden-Dynastie aus Daniel 11 zu unterstellen. Denn in der gesamten Bibel existiert nirgendsonst eine solche Liste von sieben Königen, die eigentlich auch noch einen Achten enthält. Johannes sagt, dass fünf Könige bereits Historie sind. Sie sind gefallen. Einer ist da, das ist der Sechste. Das war entweder zur Zeit des Johannes oder es wird sein, wenn seine Prophetie in der Endzeit wieder zu laufen beginnt. Zeitlich vor dem Achten, dem Antichristen, kommt aber noch der Siebte, der Andere. Wenn er in der Endzeit kommen wird, bleibt er nur kurze Zeit. Und dann kommt der Achte, der der Antichrist ist. Diese Verse aus der Offenbarung ähneln sehr der Passage in 2. Thessalonischer 2. Wenn Paulus vom Antichristen schreibt und gleichzeitig sagt, dass ihn noch jemand aufhält, der erst weggetan werden muss, dann könnte also mit größter Wahrscheinlichkeit und in Übereinstimmung mit Offenbarung 17 und Daniel 11, der der aufhält, tatsächlich der siebte König sein. Er wird nicht mit Namen genannt oder auf sonst irgendeine Art und Weise näher beschrieben. Er ist auch nicht wichtig für die Endzeitgeschichte. Er ist lediglich ein Vorgänger des achten Königs, der kommen wird, des Antichristen. Dieser siebte König wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei der Episynagoge der Gemeinde dabei sein, denn er ist ein gottloser Herrscher. Er würde also tatsächlich aus der Mitte getan werden, wie das der Begriff Ekmesos ausdrückt, und er wäre maskulin, weil er ein politischer Herrscher sein wird. Auf ihn würde die Wortwahl des Paulus also sehr gut passen. Diese kurzen Ausführungen legen den Schluss nahe, dass die hier geschilderte Sichtweise zielführend sein könnte. Sollte das alles tatsächlich so sein, wovon ich fest ausgehe, könnte man aus den Versen in 2. Thessalonischer 2 sehr viel Gewinn ziehen. Zum einen, dass der Apostel Paulus zumindest in dieser Hinsicht genauso viel wusste, wie der Apostel Johannes, der diese Sicht erst 40 Jahre später empfing. Die Passage in 2. Thessalonischer 2 ist ohne vertiefte Kenntnisse aus Daniel 11 also nicht wirklich zu deuten. Paulus muss Daniel 11 und seine endzeitliche Bedeutung sehr gut gekannt haben. Außerdem wusste er von der Wiedergeburt Jerusalems. Damit aber nicht genug, denn er hat diese komplizierten Sachverhalte in den gut drei Wochen, in denen er in Thessaloniki war, an die Thessalonischer weitergegeben. Denn er schreibt in 1. Thessalonischer 5, Vers 2, denn ihr selbst wisst genau. Und in 2. Thessalonischer 2, Vers 5, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Hier wird also deutlich, welch tiefgründige Verkündigung Paulus hatte, wenn er mit den Thessalonischern über das Evangelium gesprochen hat. Außerdem ist es nicht minder verwunderlich, dass die Thessalonischer ihm in diesen so schwierig zu verstehenden und komplexen Sachverhalten folgen konnten. Sie waren also keine ungebildeten Leute, sondern kannten sich entweder selbst sehr gut in der biblischen Geschichte aus oder waren zumindest bereit, Paulus über viele Tage hinweg zuzuhören, was wiederum von einer gewissen Bescheidenheit und großem Interesse zeugt. Denn Paulus war damals augenscheinlich nicht mehr als ein einfacher Wanderprediger. Schließlich waren die Thessalonischer nicht nur bereit, Paulus zu glauben, sondern für dieses Evangelium auch Verfolgung auf sich zu nehmen. Der, der aufhält, ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der siebte König aus Daniel 11 und der wird tatsächlich nicht hinaufversammelt, Episynagoge, sondern beiseite geschoben, Ekmesos. Nach ihm kommt dann der achte König und der ist, wie wir oben bereits festgestellt haben, der Antichrist. Das meint Paulus in 2. Thessalonischer 2 und wir wissen jetzt, warum Paulus diese Formulierungen verwendet hat. Gehen wir jetzt den Text aus 2. Thessalonischer 2 noch einmal Vers für Vers durch. Kapitel 11.2 Ergebnis Folgende Punkte können wir als Ergebnis unserer Untersuchung festhalten. Paulus muss Daniel 11 in allen Details gekannt haben. Er wusste von der Wiedergeburt Jerusalems. Er muss mit den Thessalonischern über Daniel 11 gesprochen haben, obwohl sie erst jung im Glauben waren. Er konnte den Thessalonischern den Antichristen in seinen Ausprägungen und seinem Charakter genauestens beschreiben. Vermutlich kannte er weitere Stellen über den Antichristen aus dem Alten Testament, die uns jetzt noch verborgen sind. Er hatte, zumindest in Teilbereichen, die gleichen Kenntnisse, die der Apostel Johannes in der Offenbarung beschreibt. Paulus hatte diese Kenntnisse allerdings 40 Jahre bevor Johannes im Jahr 90 n. Chr. Christus die Offenbarung schrieb. Kernaussagen des Textes sind Bevor Jesus wiederkommt, kommt der Abfall. Bevor Jesus wiederkommt, kommt der Antichrist und sein Vorgänger. Bevor Jesus wiederkommt, muss die Stadt Jerusalem von Neuem geboren worden sein. Bei der Untersuchung dieser Texte wird noch etwas weiteres klar. Die Beschäftigung mit Prophetie, ob sie nun Daniel 11, den 1. und 2. Thessalonischer Brief, oder die Offenbarung betrifft, ist, sofern sie sich eng an den Bibeltext hält, nichts Verwerfliches, sondern wichtig für ein Glaubensleben, das sich maßgeblich an der Schrift orientieren will. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020